All die Hallöchen und was geht ab ihr lieben Reaction-Fan-Leute? Wir haben heute wieder ein neues Thema. Reactions. Und diesmal wirklich Reaction über die Reactions, wie man die bewertet oder wie die YouTube kaputt machen. Und ja, ich würde sagen, zu einer gewissen Art und Weise macht das wirklich YouTube kaputt. Und das ist natürlich schade, weil ich gehöre irgendwie mit dazu. Scheiße war's. Aber, hier kommt das große Aber. Es gibt zwei Unterschiede zu nur Reaction und noch eigenen Content. Da gehört zum Beispiel KuchenTV dazu. Der macht ja eigenen Content und er macht Reaction. Somit kann er zum Beispiel niemals mit reingebracht werden in diese Szenerie. Weil er kann nicht so viel kaputt machen, weil er produziert auch selber. Somit tut er auch wieder was zurückgeben. Und es gibt Leute, die nur Reactions machen, weil es Reaction ist, aber ohne Mehrwert. Das muss man einfach unterscheiden. Im Grunde, wenn du halt die ganze Zeit nur ein Video anschaust ohne Mehrwert. Und das Thema hatten wir nämlich Let's Hugo. Da hat nämlich Alpha Kevin auch ein Video dazu gemacht. Let's Hugo hat so gut wie gar kein Mehrwert geboten. Und das sage ich immer wieder, eine Reaction sollte eigentlich davon profitieren, dass du einem Mehrwert bietest. Und Mehrwert heißt nicht, ja, ich lache einfach mal 500 und da habe ich fertig 5 Minuten zusammenbekommen bei einem 20 Minuten Video, was absolut scheiße ist, sondern du bietest etwas von dir selber als Meinung an. Klar, es gibt dann die Leute, die sagen, ja, eine Reaction profitiert auch davon, wie deine Emotionen sind, aber sorry. Ich schaue doch kein Video an, also ein Originalvideo plus eine Cam da oben, wie er dann einfach wie beim Handy die Emojis durchspannt. Also doch, nee. Das ist auf jeden Fall nicht die Art und Weise, die ich haben möchte. Auf jeden Fall, ich finde Reactions selber machen wirklich kaputt. Ich bin auch noch dabei, dass ich auf jeden Fall, wie soll ich sagen, ich möchte mich auf jeden Fall selber irgendwann auch noch verbessern in dem Bereich, dass ich dann auch selber Content produziere. Leider bin ich, wie ich bin, ich bin ein Prokrastinierer mit einem Vollzeitjob, meiner Vollzeitbeziehung und Vollzeitfreunden und Vollzeit-Ich-Zeit. Also ich bräuchte eigentlich im Grunde 32 Stunden, damit ich überhaupt nur die grundlegenden Sachen abgedeckt habe. Und da ist noch nicht mal Schlafen dabei. Und ja, das gehört nicht zu grundlegenden Sachen. Man kann auch ab und zu mal ein paar Nächte durchmachen. Macht das nicht, es ist ungesund. Aber ihr wisst, was ich meine. Und wenn man halt die ganze Zeit immer wieder meint, die Zeit fehlt, dann, ja, prankt niemals davor. Wir starten jetzt aber mal langsam, sonst geht die Zeit hier noch mehr flöten, ohne wirklich noch mehr Mehrwert zu bieten, als ich jetzt schon tue. Ja, ich benutze das Wort Thun. Ganz schlimm, Thunfisch. Einfach nur Thunfisch. Und es geht los! Wow, KuchenTV! Reactions machen YouTube kaputt? Nein, nicht, wenn ich sie mache. Dann sind sie perfekt. Jo, Freunde des geklauten Contents. Wenn ihr auf YouTube richtig reich werden wollt, dann kann ich euch einen Tipp geben. Okay, zwei. Seid nicht Feiergurten und startet auf jeden Fall mit einem Reaction-Kanal. Ihr guckt euch einfach die Hard... Also, starten, schlechte Idee. Ich muss gar nicht sagen, ich habe gestartet mit Reactions im Grunde fast pur. Und nein, ich finde das sogar die falsche Herangehensweise. Startet mit eigenem Content und macht als Zweikanal eigentlich einen Reaction-Kanal. So würde ich rangehen, wenn ich im Nachhinein nochmal überlege. Aber, wie gesagt, in meinem Fall, ich bin halt Prokrastinierer mit Vollzeitjob. Die Zeit fehlt mir gerade hinten und vorne gefühlt. Vor allem mit Hochzeitsvorbereitung und so, kennt ihr das erst recht. Da wird es auch schlimmer. Und ja, wir können ihn gerne nachher noch anschauen. Und seid nicht Feiergurten. Ja, das ist ganz wichtig. Ich weiß zwar nicht, wer der Dude nochmal war. Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Ich vergesse immer, wer die Menschen sind. Ich werde mich nicht daran erinnern. Naja, egal. Aber, wie gesagt, startet nicht damit. Versucht einfach erstmal einen eigenen Content. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Weil andersrum ist es schlechter. Meiner Meinung nach. Das ist meine Empfehlung aktuell, nach den Jahren, die ich jetzt hier schon dabei bin. Ehemaliger Meinungsblogger. Okay. Wie gesagt, der Name, ich habe ihn schon mal gehört, aber ich kann ihn nicht mit irgendwas assoziieren. Gar nicht. Hatte Arbeit von anderen an, macht selber so gut wie gar nichts, aber kassiert trotzdem Geld. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Aber bevor die Leute jetzt schreien... Doch. Ja, das war ja schon klar. War ja schon klar. Vor deiner Reaction-Zeit. Ah. Vor meiner Zeit. Ich bin halt zu jung, ne, dafür. Hey, Moral. Reactions an sich finde ich super. Ich meine, gut, ich habe ja auch einen Reaction-Kanal. Also alles andere wäre jetzt auch sehr wild gewesen. Aber eine Sache stört mich wirklich extrem. Und zwar, wenn Leute quasi die Videos von anderen 1 zu 1 hochladen, ohne irgendeinen Mehrwert zu bieten. Und das Einzige, was sich ändert, ist, dass irgendwo in der Ecke noch ein Streamer sitzt, der sich das Ganze kommentarlos anguckt. Bevor wir aber mit dem Video starten... Sag ich ja. Sag ich ja. Es macht halt keinen Sinn. Wir hatten ja einen Riesenvorfall mit, äh, wie hieß das? XQZ? Wo im Grunde eher teilweise das Video gar nicht da war und im Grunde es nur durchlaufen ließ. Und das ist absolut Schande. Das ist absolut Schande. So richtig eklige Schande. Als Reaction. Sollte man trotzdem ein Mehrwert bieten. Und ich finde auch, hier muss es eine bessere Regelung geben. Sogar wenn es nachteilig ist für mich. Aber ich finde, es sollte eine Regelung geben. Ich finde zum Beispiel... Ich würde zum Beispiel auch Reaction machen, wenn ich dafür kein Geld bekommen würde. Gut, ich bekomme aktuell so kein Geld, aber ihr wisst, was ich meine. Dann würde natürlich jemand anders davon profitieren, weil ich eine Reaction darauf halte. Weil ich mache die Klicks, aber kriege kein Geld dafür. Sondern der andere kriegt das Geld, wenn die Watcher bei ihm dann hochgeht. Und er dann auch die Klicks bekommt. Aber ich finde, das ist zumindest irgendwie besser. Weil der eigene Content muss doch einfach mehr wert sein als ein geklauter Content. Und ja, Reaction ist irgendwo eine Art geklauter Content zum Teil. Wenn man halt bedenkt, dass man kaum Mehrwert bietet. Also wenn du wenigstens die Hälfte der Zeit redest, würde ich sagen, es ist auf jeden Fall safe ein eigenes Werk nochmal. Aber auf einer anderen Basis halt. Deswegen, ja. ... sich zugeben, dass dieses Video hier ebenfalls geklaut ist. Und zwar vom Sponsor des heutigen Videos. Ray Shadow. Nein, Spaß, Leute. Alles gut. Hier doch kein Placement drin. Was? Ich dachte schon, warum ist nicht Ray Shadow da ins Tränen? Was soll das? Scheiß. Schon fast gefreut. Wobei, es gibt bessere Möglichkeiten, Werbung zu machen. Schaut mal beim Alternativ vorbei. Ich habe heute wieder das Video angeschaut. Der haut die Werbung richtig perfekt in ein Video rein. Es passt zur Thematik, es passt zu allem. Wie talentiert will man sein? Man muss einfach nur mal alternativ sein. Kevin hat ein sehr gutes Video zu diesem Thema gemacht. Ich verlinke euch das auf jeden Fall in der Beschreibung. Oder ich werde es vergessen, je nachdem. Anfang... Autsch, Bro. Autsch. 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 Wieso? Meine Fresse. Möchte ich aber mit einer kleinen Geschichte. Ihr wollt mich klatschen beim Gig, doch im Endeffekt lässt sich deine Bande nicht blicken wie Quantenphysik. Kollegah 2025, unser Bundeskanzler. Aber kommen wir mal zum Thema. Hä? Wieso? Ich checke die nicht. Alpha Kevin hat genau ein Video dazu hochgeladen und einen relativ großen Teil ging es um Lezugo. Der hat sich natürlich nicht lumpen lassen und ist sogar direkt auf die Kritik eingegangen. Aber was waren denn jetzt die Kritikpunkte, die Alpha Kevin so rausgehauen hat? Der erste war, dass viele Videos, auf die Lezugo reagiert, einfach gar nicht verlinkt sind. Ich habe einfach mal selber nachgeguckt und ja, das stimmt leider. Sehr oft wird weder der Creator noch das Video in der Beschreibung verlinkt. Nicht mal ganz... Das ist auch schlimm, das ist auch schlimm. Also, ich finde, wir sollten langsam Grundregeln für Reactions machen. Erste Grundregel ist, minimum 50% der Zeit, die du auf dem Video verbringst, müssen belabert sein von dir selber. Das heißt, bei 10 Minuten muss ich mindestens 5 Minuten plus dranhängen, um das als eigenes Werk zu beziehen. Wobei, wir sind jetzt schon bei 10 Minuten und wir haben erstmal 1.31 Minuten angeschaut. Also, werde ich das locker schaffen. Und hier beziehe ich mich aber nicht auf jedes einzelne Video, weil manche Videos geben wirklich etwas weniger her. Das weißt du ja auch teilweise gar nicht, weil manche Leute schauen zwar ab und zu mal davor ein Video an, aber auch manche nicht. Oder manchmal hat man halt ein Video, was man vorher angeschaut hat und dann will man trotzdem noch reagieren. Sowas gibt es ja auch. Also, das ist ja klar. Ich meine, ich habe ja auch schon mal Videos davor angeschaut und trotzdem noch mal darauf reagiert. Aber im Durchschnitt sollte man auf jeden Fall immer auf die 50% kommen. Du machst aus allem eine Stunde. Ja, frag mal einen Verlobten im Bett. Boah, der war gut, der war gut. Scheiße, ich kann mich jetzt selber nicht mal mehr ernst nehmen. Nee, aber ich finde, im Schnitt sollte man auf jeden Fall auf die 50% Marke kommen. Das heißt, 50% der Zeit des Originalvideos muss minimum auch noch auf dem anderen Video drauf sein, auf Direction Video. Das ist die erste Bedingung. Die zweite Bedingung, und die ist nämlich auch wichtig, ist eine Verlinkung unten im Kanal. Es sollte nicht ganz unten sein, finde ich jetzt persönlich. Es muss nicht ganz oben sein. Das ist, finde ich jetzt auch vielleicht übertrieben. In den ersten drei Zeilen wäre es ja absolut schon geil, weil das ist im Grunde gleich schon sichtbar in der Beschreibung. In der vierten Zeile sieht man es halt nicht. Erst wenn man ausklappt, ist jetzt semi-optimal. Das mache ich, aber liegt auch daran, dass ich in jeder Beschreibung einen kleinen Vortex meistbringe. Das heißt, ich mache da nicht mal Werbung für mich oder sonst irgendwas, sondern mache eine kleine, entweder Inhaltsgabe oder irgendeinen komischen, witzigen Satz oder Frage oder etc. Aber im Grunde, ich verlinke das immer als erstes, sobald wie möglich. Das ist zum Beispiel meine Grundregel und ich finde, die sollte auch allgemein verwendet werden. Finde ich jetzt. Gibt es noch eine andere Bedingung? Ich habe noch nicht drüber nachgedacht, aber ich finde schon, wenn du die zwei einhaltst, wären wahrscheinlich alle relativ glücklich. Ganz unten oder so. Sowas ist halt einfach komplett dreist. Stell dir vor, du steckst wirklich dein komplettes Herzblut in irgendein Video, hast stundenlange Arbeit und irgendwer reagiert dann so halbherzig darauf, sagt überhaupt nichts dazu, lädt das 1 zu 1 quasi hoch und verlinkt dich nicht mal. Du kriegst nicht mal Credits für deine Arbeit. Das Ganze hat mich da... An propos Credits für die Arbeit, unten in der Beschreibung findet ihr natürlich den Original-Link zum KuchenTV. Ganz wichtig, habe ich jetzt nur vergessen zu erwähnen. Und wenn ihr natürlich da unten auch gleich seid... Könnt ihr auch gleich mal mir ein Abo dalassen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wer ist da, was du machen kannst? Jetzt geht es nämlich los. Es ist Winterzeit angebrochen. Jetzt kommen die ganzen Reactions erstmal richtig raus. Damals schon bei Holzinsel, also dem Zweitkanal von Unge, ziemlich genervt. Der hat nämlich mal auf einen Song von mir und Timo reagiert und da hat er uns zwar verlinkt, aber so weit unten, dass man die Beschreibung erst ausklappen musste. Und ihr könnt euch ja denken, wie viele User das am Ende machen. Ich habe das Ganze dann schon damals kritisiert und habe folgende... Jo, ich bitte dich hiermit unser Video nicht den Kanal ganz oben in der Beschreibung zu tun oder das Video zu entfernen. Wenn man schon Geld mit dem Content anderer macht, wäre es fair, Ihnen auch die größtmögliche Werbemöglichkeit zu geben. Guck mal, wie schaut uns eigentlich bei Tim seinen Fashion-Kanal aus? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wisst ihr das? Du, 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 du. Unser Nachbar duscht übrigens wieder. Das ist so krass, unsere Wohnung ist so hellhörig, wir hören den Nachbarn duschen. Das müsst ihr mal überlegen. Jo, meine Leute. So, okay. Eins. Weißt du was, wir klicken einfach mal kurz durch. Jo, meine Freunde, was geht jetzt? Wir kommen jetzt zurück zu Kacktivier. Also ich nehme das erstmal auf, was geht. Wir gehen erstmal hier auf die andere Seite rüber. Jo, meine Freunde, was geht. Jetzt, wir kommen hier back to the business. Okay, das ist ein, also das ist jetzt switch. Darauf reagieren ist natürlich schwieriger. Jetzt, wir kommen jetzt zurück zu Kacktivier. Ja. Was geht, jetzt, wir kommen hier back to the business. Wir reagieren heute weiter. Wieder. Jetzt, wir kommen hier back to the business. Okay, wieder. Ich würde sagen, zumindest das hält er ein. Da bin ich dann etwas schlechter. Ich mag hier sie nicht in der ersten Zeile. Es tut mir leid. Falls das mal jemanden böse genommen nimmt, soll er es mir sagen. Bringt zwar nichts, aber soll er es mir mal sagen. Ich verlinke die wenigstens, aber halt nicht in der ersten Zeile. Bei mir sind sie meist dann hier nach einem gewissen kleinen Text, wo ich dann irgendwas beschreibe, was jetzt kommt dann hier im Grunde so auf dieser Höhe meist dann der Link zu den Sachen. Absolut legitim würde ich immer noch sagen, oder? Antworten bekommen. Eine hat geschrieben, dass ich das Gleiche doch auch mache, was halt nicht stimmt. Also auf Kuchen.de vorankert sind die Videos immer ganz oben und das war auch schon immer so. Der zweite ist aber auch geil. Der meinte nämlich, ich bin ein Keck und bin ja nur sauer, weil Unge das Video nicht auf den Hauptkanal hochgeladen hat. Ja, Bruder. Genau, genau das wird es sein. Exakt. Lustigerweise hat Unge auf dem Hauptkanal die Videos immer ganz oben verlinkt. Also das Ganze ist halt relativ komisch. Gut, aber was sagt denn jetzt... Naja, wie gesagt, im regulären Hauptkanal vergisst du halt alles. Also im Grunde, das nimmt sich ja dann nicht so viel. Ist halt Geschmackssache. Ich finde das aber trotzdem, wie gesagt, wichtig, man sollte verlinken. Ganz klar, das ist auf jeden Fall safe. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Zugo dazu, dass er die Videos nicht verlinkt hat. Ja, das mit dem Verlinken, das gebe ich zu. 100% L von mir. Ich habe da einfach nicht dran gedacht. Das ist scheiße von mir. Ich denke da gar nicht mehr dran. Das ist von mir. Das werde ich auch ändern jetzt. Sorry. Okay, er erkennt das schon mal. Das ist doch was Gutes, oder? Ist auf jeden Fall korrekt, dass er das annimmt, aber hüte dich. Weil ich habe jetzt ein Auge auf dich und wenn du das nicht machst, dann kriegst du auf jeden Fall ein Video. Also pass auf. Ein weiterer Kritikpunkt war. Was? Und wenn du das nicht machst, dann kriegst du auf jeden Fall ein Video. Boah, jetzt soll ich das als Funtmail nehmen. Video ab. Tim, ich brauche das in HD, Alter. Ich brauche das in HD. Ich versuche das als Funtmail zu nehmen, oder? Hugo, nimm dich in Acht. Also pass auf. Ein weiterer Kritikpunkt war, dass kaum eigentlich. Hey, ohne Scheiß. Okay, jetzt hat er nicht willkommen. Komm, ich liebe diesen sehr einfachen Humor. Gut, ich mag auch eigentlich jede Art von Humor, weil ich lache gerne außer schwarzem Humor. Aber so richtig einfach, so richtig bescheuert im Grunde. Geil. Ich habe schon in den ersten eineinhalb Minuten das Zehnfache an Zeit verwendet, wie er benutzt. Das ist schon bitter. Nicht jeder. Und das muss man einfach dazu sagen. Erstmal, nicht jeder ist Reaction gemacht. Manche können reden. Manche können permanent reden. Und manchmal reden sie halt auch über jeden Scheiß. Passiert halt auch. Das ist normal. Aber es geht darum, dass du Mehrwert bringst. Mehrwert heißt, du bringst deine eigene Intention irgendwas rein, was dich ausmacht. Und nicht nur die Smilies von dem Handy. Erstmal dazu. Das heißt, du musst erst mal schon irgendwo redegewandt sein. Du musst irgendwie ein bisschen mehr Flow geben können, was einfach verdammt wichtig ist. Oder es liegt vielleicht auch daran, dass es vielleicht falsche Videos sind. Das hatten wir ja bei, was war das? Das war jetzt zum Beispiel ein Jules-Video. Das sind ja so Lach-Videos. Auf sowas kann man halt ganz, ganz schlecht reagieren. Weil, was würdest du dazu sagen? Neun-Euro-Ticket. Klar, du kannst auch ein bisschen deine Meinung reinhauen. Aber es ist ein Lach-Kick-Video. Was willst du darauf wirklich sagen? Deswegen reagiere ich auch auf sowas nicht. Wenn ich weiß, dass ich von vornherein nichts sagen kann, dann reagiere ich auch nicht drauf. Weil dann bringt es nichts. Weil jemand, mich lachen zu hören, dann kommt er einfach in den Chat rein und macht mir, haut mir einfach den billigsten 0815-Witz rein und ich werde lachen. Zwar niemals aus. Da muss schon was wirklich Krasses passieren, damit ich wie ein Teekessel lache. Aber ihr wisst, was ich meine. Haut mir den billigsten Witz rein. Ich lache auf jeden Fall. Versprochen. Und das ist nicht gekünstelt, weil ich bin von der Natur aus jemand, der gerne lacht. Aber kein Mensch sollte es eigentlich sogar interessieren, dass jemand ein Video anschaut und dabei lacht. Und das maximal 30 Sekunden. Ende. Einfach andere Videos dann. Einfach andere Videos. Oder sein lassen. Einfach sein lassen. Wenn du einfach kein Mehrwert bietest und den Content klausch. ...44 auf ein 23 Minuten 11 Video, wo er also auch nur 2 Minuten beisteuerte, obwohl man nur so viel mehr hätte sagen können. Das Video wurde ebenso nicht verlinkt, obwohl der Aufwand... Wann, aber, Digga. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Müsste ich jetzt nachschauen. Aber, Digga, meine Videos werden auch gecutt, Bro. Das wird runtergecutt. Ich weiß. Ich kenne das ja nicht. Ich gucke mir... Ja, das ist allerdings nur so halb richtig. Ich habe jetzt einfach mal bei diesem Marvin-Video geguckt. Und ich habe einfach mal auf doppelter Geschwindigkeit alles rausgeschnitten, wo er das Video pausiert hat und etwas dazu beitragen konnte. Das Ganze geht etwas über eine Minute. Also auf normaler Geschwindigkeit, dann doppelt so lang, also ungefähr 2 Minuten. 2 Minuten Inhalt bei einer 12 Minuten Reaction ist halt kaum irgendwas. Also 10 Minuten wird das Marvin-Video einfach durchgehend abgespielt. Und ja, es ist gecuttet. Eine Minute wurde tatsächlich rausgeschnitten. Und das, was er teilweise dann dazu sagt, hat nicht mal wirklich Inhalt. Wie sowas zum Beispiel. Bro, ich habe Marvin das erste Mal gesehen auf dem Fußball-Event. Er war auf dem Fußball-Event. Ich habe so gesagt, yo, ich bin Hugo. Und er so, yo, was geht ab? Und dann habe ich mich wieder hingesetzt und habe nix gemacht. Wow, ja. Gut. Was er jetzt inhaltlich sagt, ist jetzt vielleicht nicht das Krasseste. Aber er hat eine eigene Intention reingehauen und hat seine eigene Note dazu gepackt. Das kann man lassen. Also solche Aussagen, auch wenn es vielleicht nicht so spannend ist, ist, aber kann man noch lassen, oder? Finde ich jetzt persönlich. Wenn er davon jetzt mehrfach was wiedergibt, was trotzdem irgendwo mit dem zu tun hat, worum es geht, oder man den roten Faden hat, irgendwann irgendwo ganz woanders verliert. Ja, dann weiß ich, was ich wein. Krasse, krasse Info. Lustige Geschichte. Gut, ich würde da mal nach rechts swipen, ja. Und das, was er rausgeschnitten hat, war, by the way, auch einfach das Placement, was in dem Video gewesen ist. Und, ouch. Das übrigens, meine Freunde, finde ich sogar, nee, das wäre Regel Nummer 3. Schneide keine Placements raus, die von anderen sind, wenn du eine Reaction machst. Außer, sie widersprechen deinen eigenen Placements. Dann wäre das vielleicht noch legitim. Ich glaube, das gibt solche Fälle. Aber, man schaut sich die Werbung an, weil es einfach der Content Creator ist, der dir gerade diese Möglichkeit gibt, zu reagieren. Wie respektlos will man denn sein? Die Minute bringt dich nicht um. Vertrau mir. Gut, ich schaffe es wahrscheinlich in 30 Sekunden, aber trotzdem. Macht man nicht. Macht man einfach nicht. Das ist einfach nur emotional damage. Das triggert mich. Und ich bin nicht mal selber ein großer Anbieter von irgendwelchen Videos. Aber ich fühle mit Empathie. Kennt ihr das nicht? Alter Schwede. Also, das war wirklich das Einzige, was fehlt. Er sieht das dann später auch wenigstens so halb ein. Achso, Digga, ich rede von runtergecuttet, Jungs. Ich rede von runtergecuttet. Das Video ist 100% runtergecuttet. Mann! In Minecraft. Im Astro. Und wie man so schön sagt, das führte dazu, dass ich für die nächsten Videos von wegen der Leute in der Rechten hat, ihm die eigentlich relativ egal sind. Hier ist es nicht runtergecuttet. Hier habe ich ja gar nichts gesagt. Digga, what the fuck? Okay, mein Fehler, Bro. What the fuck? Und das ist halt leider bei fast... Na, wenigstens gibt das zu. Das ist... Wenigstens einzig. Das ist doch schon mal irgendwo ein guter Anfang. Also, das ist ein Anfang. Damit kann man arbeiten. Es gibt Leute, die sich überhaupt nicht in die Karten spielen lassen, weil sie nur mogeln. Also, Schoyoga. Entschuldigung. Ich habe so einen Wock im Hals. Eine Reaction, die ja hochlädt der Fall. Bei dem Video zu Jules beispielsweise hat er sich so hier verteidigt. Hier reagierte Hugo auf das Video zu den antiken Memes, welches Original 22 Minuten und... Ey, das war so cool. Das war so cool von Jules, das Video. Oh, ich freue mich schon aufs nächste. Ich freue mich schon aufs nächste. Seine Reaction geht aber gerade mal 25 Minuten. Man bekommt Jules... So, wie viel war es denn mal? 22, 29? Mhm. Seine Reaction geht aber gerade mal 25 Minuten. Ja, wow, das sind drei Minuten und, äh, ja, ein paar Sekrette. Das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Man bekommt... Bei Jules, da kann man nicht viel sagen, Bro. Bei Jules kann man nicht viel sagen. Da passiert die ganze Zeit irgendwas. Da kann man nicht viel sagen. Was willst du da sagen, Bro? Da passiert... Genau das ist das Problem. Wenn du weißt, dass du nicht viel sagen hast, dann, äh, machst du die Reaction nicht oder lädst du wenigstens nicht hoch. Boah. Dann schau's halt gemeinsam im Stream an. Dagegen würde auch kein Creator sagen. Wirklich niemand, der wenigstens ein bisschen Hirn benutzt, würde was dagegen sagen. Aber hochzuladen und fast im Grunde das gleiche Video nur mit deinen Lachkicks... Das ist ein L-Take. Das ist ein L-Take, Bro. Ganz, 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 ganz schlimm. Kannst du nicht bringen. Nein, kannst du nicht bringen. Die ganze Zeit Contents... Also, wenn du nicht weißt, was du dazu sagen sollst, dann lad das Video doch nicht hoch, so, hä? Als ob man sich so sagt... Ja, sorry. Offensichtlich, ne? Also, ich glaub, da würde mir doch jeder normal denkende Mensch zustimmen. Normaler Menschenverstand, würde ich jetzt da sagen. Also, ich wusste halt überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Deswegen hab ich das Video jetzt einfach 1 zu 1 hochgeladen. Ist doch voll in Ordnung, oder nicht? Also, reagiere von mir... Wie gesagt, das beste Beispiel ist immer noch so. Du bist am Arbeiten. Dein Kollege ist am Arbeiten. Dein Kollege... Ja, im Grunde... Ja, doch, nee. Das ist falsch umschrieben. Im Grunde... Du bist am Arbeiten und jemand schaut dir über die Schulter. Den ganzen Tag. Keine Ahnung. Muss was beibringen, ne? Du arbeitest 8 Stunden. Das Problem ist... 7 Stunden hat der Typ hinter dir, oder die Dame, hinter dir, nur Grimassen geschneidet, like Handy-Emojis, und kriegt 7 Stunden bezahlt und du nur eine. Und das ist das Verhältnis von einem Content Creator, einem Ration-Streamer, der nichts an Mehrwert bietet. Das ist der feine, aber kleine Unterschied. Hier zum Beispiel habe ich auch eine Reaction mal gemacht von Mimis Video über diese... Ach, wie hießen das nochmal? Sein komisches Bingo ähnelt wem? Von diesen YouTube-Dingern. Wie hießen das nochmal? Also YouTube-Bingo im Grunde... Er hat immer so Duplikate gehabt von YouTubern, die einem ähnlich aussehen. Und das habe ich auch reaktet damals und ich fand, das hat kein Mehrwert geboten. Das habe ich zwar noch bei mir auf dem Rechner, aber ob ich es jemals hochladen werde, vor allem, weil die Qualität inzwischen natürlich auch ganz anders ist als damals. Aber ich habe es nicht hochgeladen, weil ich es nicht einsehe. Ganz einfach. So ist dabei natürlich nicht der einzige YouTuber. Alpha Kevin hat in seinem Video auch noch ein paar andere Beispiele gezeigt. Oftmals reagiert er dann auf einzelne TikToks, die man jetzt nicht zwangsläufig alle verlinken muss. Ich meine, das sind nur einzelne Clips. Aber wenn er dann auch auf richtige, aufwendige Videos reagiert, verlinkt er keines dieser Videos. Was mir zusätzlich auch bei Sami Delarue aufgefallen ist, zumindest bei einigen seiner Reactions. Und so Leute wie Jules, tu mir da wirklich einfach unendlich leid. Ich meine, der steckt mir... Find ist halt einfach schlecht. Sowas sollte nicht erlaubt sein. Man sollte ein Mindestmaß an Respekt haben, von anderen Creators die Sachen nutzen zu dürfen. Ein Mindestmaß. Du könntest auf deine Reaction reagieren. Dann kommentiere ich mich jetzt selber und würde dann aber identisch das Gleiche sagen, oder nicht? Hä? ...Millionen Stunden Arbeit in seinen Videos und dann kommt jemand, der nichts dazu beiträgt und der lädt das 1 zu 1 hoch und verlinkt dich nicht mal. Junge, wie respektlos möchtest du sein? Natürlich gibt es hier auch positive Beispiele. Zum Beispiel im Der macht sehr, sehr, sehr lange Reactions. Mein Kürz... Warum nicht ich? Er hätte ruhig mich als Beispiel nehmen können. Ich mache gute Reactions. Vielleicht komme ich noch vor. Das wäre schon geil. Das wäre schon geil. Aber ich glaube, ich bin zu klein. Mich kennt er kaum. Ich glaube, er hat meinen Namen schon öfters gelesen, aber ich glaube, er kennt mich kaum leider. Weil dann, sonst würde er 100%ig meinen Namen noch toppen. Mal schauen. ...Video ging zum Beispiel 22 Minuten. Seine Reaction dazu einfach eineinhalb Stunden. Jakob Rätselts Video für 22 Minuten. Seine Reaction dazu einfach eineinhalb Stunden. Das ist auf jeden Fall sehr viel Mehrwert. Würde ich jetzt auch sagen, ja. Jakob Rätsels Video zur militanten Veganerin geht... Jakobs Rätsel, wie auch geil. ...5 Minuten und seine Reaction ganze vier... Ordentlicher Mehrwert. Muss man sagen. Muss man wirklich mal sagen. Hat er den auch verlinkt? Das weiß ich gerade gar nicht. ...54. Der trägt halt wirklich was dazu bei. Er hat einfach Impact. Er bringt neue Infos, sagt seine Meinung, sagt irgendwas zum Video-Inhalt und lässt das Video nicht einfach durchlaufen. Das gleiche... Und imp ist das Bestenz. Imp ist der Beste. Noch nie angeschaut. ...ist auch bei einer kleineren Streamerin der Fall, die in letzter Zeit immer mal wieder auf mich reagiert. Bei meinem Curtschow-Video hat sie 17 Minuten eigenem Impact und beim Freiraum-Revideo ungefähr genau das gleiche. Ich reagiere schon seit Wochen und darauf wird nicht eingegangen. Oh ja, ich hoffe, da kommt jetzt auch noch ein. Oder es liegt daran, dass es eine Frau ist. Tim, wir wissen alle, wie du noch geil bist auf Twitter. Zwinker. Bei mir auf Guren.de verankert ist es übrigens das Gleiche, aber ich will mich nicht selber loben wie in diesem Meme hier, deswegen ignoriere mir das einfach. Was kann ich also abschließend dazu sagen? Hugo ist natürlich nur ein Beispiel von vielen, was gerade in der Reaction Okay. Ich hatte es auch nicht damit aber angerechnet, dass ich erwähnt werde. Das macht mich so traurig. ...Szene so falsch läuft. Bei Trimax ist es teilweise auch das Gleiche gewesen. Auch damals schon, als er auf mich noch reagiert hat, hat er teilweise nur ein oder zwei Minuten irgendwas Oberflächliches dazu gesagt, ohne wirklichen Mehrwert dazu zu bieten. Teilweise hat er sich meine Videos auch angeguckt und nebenbei irgendwas gezockt. Also das ist eine Falschätzung für meine Arbeit. Das finde ich persönlich Reaction und dabei zocken. Irgendwas passt ja auch vom Hirn nicht wirklich, weil du kannst dich doch nur auf eine Sache konzentrieren. Wenn ich irgendwo zocke, dann kann ich doch nicht irgendwie nebenbei etwas laufen lassen, worauf ich meine Aufmerksamkeit richten könnte oder müsste. Bei einer Reaction ist es aber mutma... Du brauchst eigentlich die Aufmerksamkeit auf das Video, weil sonst ist es keine Reaction auf das Video, sondern Reaction auf dein Game. Und ganz ehrlich, Gaming-Content gibt es auf Twitch en masse. Dann müsste ja jeder schon echt in der krasse Reaction-Streamer ever sein, wenn du auf Spiele reagierst. Also nein. Deswegen, wenn du Reaction machst, dann hab auch den Fokus auf das Video, worum es auch geht. wenn du zockst, hast du keine Chance noch nebenher wirklich volle Aufmerksamkeit auf das Video zu haben und darauf richtig zu reagieren. Das funktioniert einfach nicht. Schnappt euch einen geilen Track, nehmt euch ein Hörbuch, das ihr schon hundertmal, tausendmal angehört habt und zockt dabei, das ist was anderes. Aber nicht, wenn ihr Content aus dem anderen Material nehmt, aber darauf nicht reagiert, weil ihr zockt. Wie bescheuert ist das? Nicht sehr, sehr schade, denn während sich die Leute hinsetzen, ein Skript schreiben, aufnehmen, das Video schneiden, sich Ideen machen und da stundenlange Arbeit reinstecken, nehmen andere Leute, die teilweise nicht mal eigenen Content erstellen, einfach eins zu eins dein Werk, lassen es ablaufen und bieten dann nicht mal irgendeinen Mehrwert für die Zuschauer. Ich meine, viele Reaction-Leute gucken sich ein Video an, sagen dann zweimal das hier. Entschuldigung. Also das macht das Ganze ja noch lustiger. Das wusste ich gar nicht. Und das ist dann... Davon hat sie aber vieles, das was insgesamt auf YouTube hochgeladen wird und dann verdienen sie wahrscheinlich auch noch zehnmal mehr als du mit deinem Video, weil sie vielleicht mehr Aufrufe machen und dazu geht das Video von denen ja länger. Das Ding bei Hugo ist halt einfach und das meine ich auch gar nicht fronten, ich glaube der Typ hat einfach wirklich überhaupt kein Selbstbewusstsein. So, der hat halt so eine cringige Ausstrahlung und ich glaube ganz ehrlich, dass... Gut, aber das ist jetzt eine blöde Vermutung. Wie jemand ist und wie jemand sympathisch wirkt, liegt im Auge des Betrachters. Klar, das hat er auch jetzt gesagt. Ich meine, jeder kann irgendwo Reaction machen, man sollte aber einen Mehrwert bieten. Das ist eigentlich die eigene Prämisse, die man an sich setzen sollte und die sollte man auch bei anderen so setzen, dass einfach ein Mehrwert geboten wird. Und das ist hier in dem Fall nicht der Fall, auch wenn er meiner Wege künstlich wirken möchte oder was auch immer oder ohne Selbstbewusstsein. Es ist doch scheißegal, wie ein Mensch wirkt. Es ist scheißegal, wie ein Mensch wirkt. Aber wenn du halt hier offensichtlich einen Diebstahl begehst, dann begehst du einen Diebstahl, egal ob du selbstbewusst bist oder nicht. Da... Darauf sollte man beruhen. Übrigens, bei dir ist was ungekippt. Hilfe! Wieso? Stell es wieder auf. Ich habe zum richtigen... Der innere Monk kommt davor so Ich will es aufstellen. Ich will es aufstellen. ...reactions einfach nicht für ihn gemacht sind. Denn du musst schon sehr wortgewandt und meinungsstark sein, damit sich eine Reaction für den Zuschauer und auch für den Content Creator, auf den du reagierst, lohnt. Bei so Videos wie zu Satter Hugo ist das Ganze noch egal, weil die sind echt nur dazu da, dass man mal so ein paar Lacher hat. Da kann man jetzt echt nicht so viel zu sagen. Aber bei vielen anderen Videos kannst du irgendwelche Anekdoten bringen, deine Meinung zu irgendwelchen Aussagen... Wie gesagt, so Lachkick-Videos, die kannst du nicht racken, meiner Meinung nach. Weil wow, jemanden hörst du lachen, klausch aber damit offensichtlich nur deren Content. Und nee. Finde ich absolut nicht legitim dazu. Man kann auch bei beziehungsweise bei Lachkick-Videos kannst du trotzdem was beisteuern. Musst halt wirklich kreativer sein, wie du welche Punkte angehst. Also wie gesagt, zum Beispiel das 9-Euro-Ticket-Video von Jules. Du kannst einmal über das 9-Euro-Ticket reden. Du kannst über Söte reden, glaube ich, war das Thema. Dann gab es Einblendungen von Asterix und Obelix, hättest du, da kannst du auch einiges an Content rausnehmen. Du musst halt kreativ sein. Du musst in andere Wege gehen. Du kannst nicht mehr das Offensichtliche angehen. Und dann musst du halt deine Meinung erst recht gut präsentieren, weil sonst hast du keinen Mehrwert. Das ist halt die Problematik dabei. Ja. Ich präsentiere das Offensichtliche. Aushauen und so weiter. Und das Ganze wird nicht gemacht. Er sitzt da halt einfach 10 Minuten, guckt sich ein Video an, lacht dreimal und das wird dann hochgeladen. Und dann wird der Creator nicht mal verlinkt. Also das ist ja mega. Die Videos gehören für mich einfach ganz oben in die Videobeschreibung. Nicht der eigene Kanal, nicht irgendwelche anderen Links, sondern das Video, auf das reagiert wird. Zählt dann meins? Mein erster Link ist immer das Video, aber es ist nicht gleich in der obersten Zeile, sondern im Grunde nach der Reihenfolge das Erste. Beziehungsweise erst werden die Content Creator markiert und dann den Link zum Video. Ist doch legitim, oder? Würde ich jetzt sagen. Ich finde, das kann man auch irgendwie verlassen. Auch wenn es nicht unbedingt immer an der ersten Stelle steht. Weil ich liebe es, Texte zu schreiben. Ihr kennt meine Reime. Und manchmal will ich auch euch Fragen stellen, die ich vielleicht in der Reaction vergessen habe. Und dann könnte ich die in der Kommentarspalte besser angehen, wenn man es in der Beschreibung hat. Ja, ja, ja. Denn man sollte eigentlich dafür sorgen, dass der Creator, der sich die Arbeit gemacht hat, so viel wie möglich davon mitnehmen kann, wenn du schon die Arbeit nimmst und dann auch noch Geld damit verdienst. Was ja an sich komplett in Ordnung ist, wenn man respektvoll bleibt. Reactions sind eine super Sache. Ich meine, ich bin das beste Beispiel. Ohne Monte würden mich die Hälfte meiner momentanen Zuschauer wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, weil ich einfach kein Thema mehr gewesen bin. Dieses Video hätte wahrscheinlich mit Krampf nur 100.000 Aufrufe erreicht. Wenn überhaupt. Reactions können Creator wirklich wahnsinnig unterstützen. Es bietet einem halt die Möglichkeit an, sehr viel Reichweite aufzubauen und in Bubbles stattzufinden, wo sich die Leute ansonsten gar nicht mit dir auseinandersetzen würden, weil sie dich gar nicht mitbekommen. Aber alleine aus Respekt sollte man halt einen Mehrwert bieten. Also in anderen Bubbles, ja, ich mag das Wort Bubble halt einfach nicht. Im Grunde bei anderen Themenbereichen da auch mal Anbindungen zu finden ist auch nicht schlecht. Ich meine, je mehr Menschen du kennenlerst, egal ob Kommentare in Videos oder was auch immer, desto mehr kannst du dich auch weiterentwickeln, weil du lernst ja hauptsächlich durch Erfahrungen von anderen Menschen und kannst dadurch einfach dich selber weiter, ja, weiterentwickeln. Ich wollte sagen weiterbilden, aber da müsste man nur Dara schauen, weil nur er bildet weiter. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde schon, das hat einen Mehrwert. Ich meine, manche Leute würde ich niemals, hätte ich niemals kennengelernt, wenn ich nicht angefangen hätte zu Reaction zu machen. Muss man einfach sagen. Muss ich einfach sagen. Und ich finde, oder wenn ich jetzt zum Beispiel Anime-Talks hatte, manche Menschen hätte ich niemals gefunden, wenn ich nicht über Animes reden würde. Das gilt auch für andere Sachen, auch im realen Leben. Wobei im Grunde, wir sind ja hier auch irgendwo im realen Leben, aber ihr wisst, wenn ihr unterwegs seid, ihr geht zum Beispiel auf ein Fest, wo ihr normalerweise nie hingehen würdet und trefft dann plötzlich trotzdem zufälligerweise Leute, die du sonst hättest niemals kennengelernt, weil die niemals woanders fest sind zum Beispiel. Ein Beispiel, aber ihr wisst ungefähr, was ich meine. Macht schon Sinn und ist wichtig. Wenn du schon nach der Reaction merkst, okay, ich habe jetzt wirklich gar nichts dazu beigetragen, dann denk vielleicht nicht nur an die Klicks und das Geld, was du mitnehmen kannst, sondern auch an den Creator, der sich da hingesetzt hat und stundenlang so ein Video produziert hat und lad die Reaction dann vielleicht einfach mal nicht hoch. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Okay, thanks, bye. Perfekte Antwort auf die Frage machen Reactions auf YouTube kaputt. Ich würde sagen, vor allem die Leute, die halt kein Mehrwert bieten, die machen das auf jeden Fall kaputt. Die Leute, die ein Mehrwert bieten, aber keine eigenen Videos machen, machen es halb kaputt. Die Leute, die zu gleichen Teilen Reactions und Videos produzieren, machen es zum Viertel kaputt. Und die Leute, die den größten Teil eigene Videos machen, ganz wenig Reactions machen, die sind perfekt und in die Richtung würde ich irgendwann auch kommen. Aber das dauert noch ein bisschen. Erstmal gibt es andere Sachen, die ich fokussieren muss. Ich soll anscheinend den ersten Kommentar lesen. So nochmal, genauso wie bei Alpha Kevin, dass ich nicht verlinkt war, nicht verlinken war, so nochmal, genauso wie bei Alpha Kevin, dass nicht verlinken war, scheiße von mir und ändere ich beziehungsweise habe ich schon geändert. Schauen wir doch mal einfach. Hat das verändert? Ist es ein Reactions-Kanal? Ne, warte mal. Ihr habt den noch nie angeschaut, ne? Ich habe den, welcher ist sein Reactions-Kanal? Community? Ne, Kanäle, ne? Hetzhugo? Ah, Hetzhugo, perfekt. Okay. Ach, Junge. So, da und da. Okay. Geh'n dir gar nicht. Okay. Hat er geändert? Diese Reactions-Streamer hat er geändert? Na, ich soll trotzdem weiter. Hat er geändert? Der Aufstieg von... Hat er geändert? Okay. Wie viele Videos hat er denn drauf? 1910 Videos, ey. Das ist gar nicht ein bisschen weit, ne? Also, ich weiß auch nicht, aber auch. Na, seine Klicksagen gehen jetzt hier gerade hoch, ne? Tschüss, was für'n Unterschied. Was für'n Unterschied. Man merkt echt, die Themen, ne? wie weit hat das denn zurückgeschreibt? Hallo? Aber der noch ist... Komm, komm, da hat er's schon wieder nicht mehr, ne? Machen wir mal auch Knuspertoast? Okay, wir schauen Knuspertoast. Toll. Okay. So, machst du's schüss. Offizielles Craft-Ex-Stream. Nein. 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 Er hat legit nur die ersten vier Videos. Willst du mich verkack eiern? Willst du mich verkack eiern? Die ersten vier Videos in der Nacht? Nö. Es hat keinen Bock mehr. Nee. Da setzt er sich nur ein, dass er jetzt nicht die 1910 Videos macht. Alles gut. Versteh ich. Aber was durch die ersten? Ganz ehrlich, wie viel Mühe willst du geben? Er? Nein. Hat er hier bei den beliebtesten Videos irgendwas erinnert? Nein. Wir schauen, wer das Ganze... Nein. Wir schauen das bestimmt nicht. Nein. Ihr abmasturbiert den... Nein. Das ist schon sad. Der Punkt mit dem wenigen Input finde ich immer noch ein bisschen low, finde ich. Doppelt finde ich, geil. Finde ich, gebe genug Input in die Videos, vor allem, weil die meisten Videos eher Videos sind. Einfach zum Lachen, die halt unterhalten sollen. Ich schaue mir keine Meinung, Beef oder Dram Videos an, wo man minutenlang mitreden kann, sondern einfach lustige, unterhaltsame Videos und dafür gebe ich meistens genug Input, finde ich. Klar gibt es das ein oder andere Video, wo er jetzt nicht, wo jetzt vielleicht nicht so viel Input ist, versuche ich dann auch mit meinem Cutter abzuklären, was er hochlädt. Okay. Yo, Jan, was geht, was geht, was geht. Einen wunderschönen guten Abend. Zu dem Kommentar. Erstens, ich hatte echt Probleme, das jetzt zu lesen, muss ich ehrlich zugeben. Ich kritisiere das trotzdem nicht per se, weil, keine Ahnung, kann sein, schlechter Tag, kann sein, einfach nicht nochmal durchgelesen. Keine Ahnung, ist ja nicht so schlimm. Ich verstehe aber, worauf er hinaus will. Wenn man nicht genügend Input hat, gibt es, wie gesagt, das hatte ich ja vorhin als Thema, zwei Möglichkeiten. Entweder bist du kein guter Redner, oder, nein, ich habe jetzt gerade falschen Finger hochgehoben für zwei, sondern so, oder, du hast die falschen Videos ausgewählt. Er sagt, er macht eher die Videos für Unterhaltung, lustige Unterhaltung. Dann kann er kein Input geben. Wie gesagt, wir müssen auf die Marke 50% kommen, meiner Meinung nach. Sag mal, was finde ich, ich habe kein Blas und Schimmer, was das sein soll. Auf jeden Fall, was ich jetzt dazu, nee, also wenn du lustige Lachkick-Videos anschaust und dazu keinen Beitrag geben kannst, Arschkarte, dann lass es. Nicht hochladen, akzeptierst du, dass du einfach das Video einfach mit deiner Community anschaust, lach gemeinsam wie in einer Art Watchparty, Ende Gelände. Weil alles andere ist halt der Content Cloud. Das habe ich ja gerade vorhin auch erklärt mit dem Beruf. Du arbeitest 8 Stunden, 7 Stunden, schaut dir jemand zu und macht seine Emojis auf dein Handy und das ist dann, und er verdient das Geld und du nicht. Bescheuert. Deswegen, nein. Lass es dann einfach. Das ist nur Respekt vor den Content Creators. Also ganz ehrlich, schuld seine Videos will ich nicht missen, aber wenn jeder nur seinen Content klaut, ohne einen Mehrwert zu bieten, nö. Kannst du voll knicken, ey. Also da werde ich auch stinkig, wenn ich dann Jules Video nicht mehr ertragen kann einmal im Monat. Und warum sage ich ertragen? Genießen war das Wort. Das sollte genießen heißen. Am besten packst du einen schönen Wein aus, nimmst einen geilen Käse, noch eine Weintraube und schaust dir Jules Video an. Beste. Das gilt übrigens auch für J.Riddles Video. Unangenehm. Ich hoffe, ich hoffe, dieses Statement wird er nochmal überdenken. Das wäre, würde ich mir zumindest wünschen. Aber, noch bin ich mir nicht sicher. Was meint ihr dazu? Findet ihr es so angenehm, wie ihr es rübergebracht habt? Oder wollt ihr auch trotzdem lieber eine Änderung haben bei ihm? Ich meine, es war ja irgendwie der Hauptfokus. Also, ich würde sagen, er muss auf jeden Fall noch was ändern. STV noch nie gehört. Ich habe keinen blassen Schimmel, wer das ist. So, aber, Ende mit der Reaction. Ich bedanke mich, falls ihr bis hierher angeschaut habt. Tausendmal Liebe geht's an euch raus. und wir sehen uns beim nächsten Mal.